Wunderschönen Gurkentag, meine sehr geehrten Damen und Herren und willkommen bei Max Speedshop. Ja, was soll ich erzählen? Ich habe letztens mit dem Camaro angefangen, wisst ihr ja noch, und ich habe gesagt, ja, ich muss mal gucken und weil ich die Bühne frei habe, ja, ich habe gerade die Bühne frei. Das passt ganz gut. Nur so ein Schraub, das weiß ich, wir müssen mal gucken, was die Phase ist. Ich habe morgen noch wieder eine Kundengeschichte über zwei Tage. Mal schauen, wie das so läuft. Aber gucken kommen wir ja. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit und ich habe meinen Camaro erstaunlich gut aufbocken können auf der Bühne. Das heißt, wir gucken jetzt mal unter das Kleid. Eines sehr, sehr unüblichen Sportwagens. Er sieht ja sehr sportlich aus und ist ja auch sehr schnell, also der fährt sich wirklich ganz geil. Aber amerikanisch halt, ein bisschen bootig fahren die Dinger halt und der hat halt ein sehr, sehr weiches Fahrwerk, auch amerikanisch. Also guckt, sieht der? Das ist natürlich ein sehr weiches Fahrwerk für einen Sportwagen. Eigentlich müsste er ein Fahrwerk haben. Gibt es da für Fahrwerke, Tieferlegungsfahrwerke, die man auch eintragen lassen kann oder wo wenigstens der Tüft nicht hinderkommt. Ich frage für einen Freund. So, ich fahre den mal nebenhoch. Erstaunlich gut. Mein Vater muss sich früher mal Reifen hinten reinschmeißen, wenn der vorne wegkippt. Aber die Bühne ist echt besser ausgelegt dafür. Sieht gut aus. Eines der schwersten Autos. Ich glaube, der hat 2,2 Tonnen oder so weit. So, hoch mit den Klaus. Was hat der Camaro von unten? Kannst du den wegschmeißen oder? Weil ich würde ihn gerne mal tüften. Hat den schon so lange. Da dreht sie schon mal noch. Das ist immer gut. Obligatorische, gurkige, einfache TÜV-Check. So, Lampe ist hier. Ich habe den Wack auf halbe Höhe gehangen. Das würde mein TÜV-Prüfer jetzt auch so machen, wo ich bin. Dann gucken wir das mal nach. Wir schauen uns die Bremse vorne an. Das Tragbild ist geil. Schön. Beispiele sind auch super. Freigänglichkeit ist gegeben. Sonst, hier hieß keine Feder zu sehen. Da hattet ihr keine Feder. Die sitzen natürlich unter in der Federteller. Rost kann ich ja auch keinen bösen sehen. Hier ist es ein bisschen angegammelt. Nichts durchgegammelt. Schön, dass ich ihn jahrelang trocken gestellt habe. Endlich zahlt sich die Scheiße mal aus. Hier, übrigens, die Nebelsteinwerfer sind vom Schlachter. Seht ihr ja, wie umrostet die sind. Total gurkig. Total durch. Seht ihr das? Das ist immer noch das Zweitenblech. Hab ich früher mal schwarz gemacht. Hält immer noch. Und die Fliege ist ja auch schon seit 200 Jahren tot, die da ranhängt. So, weiter geht's. Drüben. Ich dachte, dass die Bremse wieder festgeht. Oh, die ist fest. Wie die ist so hart fest? Alter, hab ich beim Fahren gar nicht gemerkt. Auch gerade eben nicht. Alter, ist die fest. Lenkungsspiel hat er. Könnte aber glaube ich von oben von der Lenkung. Wie sieht das Tragbild aus bei der heiß gewordenen Bremse? Wahrscheinlich scheiße, oder? Ne, ist nicht riefig. Aber es käme vielleicht wieder hin. Das können wir eventuell noch mal durch den TÜV schieben. Sieht schon mal ganz okay aus. Ich probiere mal noch mal im Spiel testen. Beim Spiel ist das Problem. Also eben wird es ausgeschlagen. Muss mal gucken, der Achsel abschneiden von dem Auto. Also Bremse schon mal sehr, sehr fest. Reifen sind gut. Sind von 2010. Sind elf Jahre alt. Ich hab die mal von so einem 7er BMW. Ich hab ein 7er BMW. Also ob die Reifen aus 7er Tellern zeigen. Von 50 Euro. Mit so ganz hässlichen Felgen drauf. Und hab die Reifen einfach hier rüberziehen lassen. Gebraucht. Damals. Ihr wisst ja. Wer erzählt. Kohle war früher nicht so hardcore. Jetzt bin ich...ja gut. Jetzt bin ich auch nicht reich. Aber... So. Auch alles cool. Also der Wagen ist in ziemlich gutem Zustand. Es ist für mich jetzt was Neues. Weil ich hab den Wagen das letzte Mal gesehen. Von unten. Wir fahren in der Halle. Und wir fahren in der Halle. Wie ihr wisst. Es ist dunkel. Wie Sau. So. Hinterachsel. Traue Bremse hinten anzubieten. Alles geil. Alles wunderbar. Nix zu meckern. Ich glaub wir sind noch ein paar Gurkenspeisungen von früher nachher noch. Mh. Haben wir denn hier für ein schönes Spiel. Das ist aber das Normal. Das ist nur die Achse. Das war das Achsspiel. Von der durchgehenden Hinterachse. Hat der K30 auch so. Und der Pontiac auch. Hier ist das auch so. Das ist normal. Das ist echt normal. Das guckt mir nicht so komisch an. Das will ich noch mal. Das hat so eine richtig fette Hinterachse. Die durchgeht. Die muss noch ein bisschen spielen. Der Pontiac hat das auch. Und Mercedes, die ich mir jetzt schon gehabt habe. Diese komischen hier. Dieser W202. Das hat es auch gehabt. Der hat auch Trifel gekriegt damit. Also alles gut. Da haben wir auch keine Angst. Das ist auch kein ängstlicher Punkt. So, höher geht's. Alter, fahr auf mich nicht, Camaro. Sei besser als ich denke. Bitte. Bitte. Ich hab keinen Bock, da so viel Arbeit reinzupuppen. Ich will hier wieder fahren. Alter, irgendwie alles so. Junge, 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 Junge. So ein Sportwagen hat echt keiner. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo ich mich unten gesehen habe. Das ist so viele Jahre schon her. So, Lampe. Wir fangen vorne an, wo der 5700 V8 hockt und auf uns wartet. So. Frontblech, sicherlich unten angeschliffen. Hier. Das ist normal. Dann war mal rot in der Wagen ursprünglich. Jetzt sind einige Farben durch. Der war dunkelrot, dann war der hellrot, dann war der blau und dann wurde er schwarz. Das ist die eigentliche Originalfarbe hier, dunkelrot. Oh, guck mal. Knusper, aber schön mit Blech dahinter. Kann nichts passieren. Ist gut. Hier bin ich mal konserviert. Mit so einem Seilfett. Vor 100.000 Jahren, weil der Berichtkassenscheiße aussah. Der sieht immer noch super aus dadurch. Ich hab den komplett konserviert, glaube ich. Ich hab den mal konserviert. Ja, ich hab ihn mal konserviert. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Diese Leute haben eine Spezialgeschichte, diese hier. Hier ist ein bisschen Konservierungsscheiße dran. Die haben wir mal richtig gegurkt. Das war damals gewesen. Da hab ich den Wagen geholt. Mit Björni zusammen. Und dann waren wir ja noch ein bisschen ungewiss. Wir hatten nicht viel Ahnung von Autos. Überhaupt keine Ahnung. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt der Ahnungskonig bin. Aber ich würde sagen, ich hab jetzt ein bisschen mehr Ahnung, als ich früher hatte von sowas. Und da hab ich damals dieses Auto geholt, auf den Trailer gezogen und haben wir den an der Leitung hier festgemacht. An dieser hier. Haben wir die ganze Leitung vorgerissen. Das ist mir noch heile. Die hat nur hier so einen leichten Knick hier vorne. Da. Hat sie aber schon immer. Das ist für die Servolenkung, glaube ich. Oder ein Ölkühler, was ist das? Und das hin? Ne, ist das Servolenkung, oder? Da lang? Ja, hier ist Servo. Hier geht in die Servo rein. Also alles im Rahmen. Das ist gut. Ey Leute! Es ist wieder soweit. Wir haben wieder Gurkenmuseum. Am 11. Diesen Sonntag. Wer Bock hat, kommt rum. Wird richtig krass. Richtig viel zu tüdeln. Neue Karren. Absoluter Shit. Da läuft. Ist der Bescheid. Industriestraße 23. 26446 Friedelburg. Traut euch. Kommst zu mir. Und ich glaube, das ist hier irgendwo ausgeschlagen gewesen. Mal gucken. Dann geh mal hier hin. Ey, da ist noch alles im Rahmen. Ich dachte echt, das ist schlimmer. Das geht noch alles. Das ist vollkommen normal. Ein paar amerikanische Verhältnisse. Ist das neuwertig. Sieht ganz gut aus. Der Motor selber ist trocken. Leicht, leichter Ölfilm dran. Aber der kann auch nicht siffen. Der ist wahnsinnig viel Frustig drauf. Was soll denn daran siffen? Hier ist noch ein bisschen Öl. Na doch, ein bisschen Öl hat er schon. Getriebe ist aber trocken. Getriebeölwanne ist trocken. Das ist gut. Hier hängt noch einen Stock drin. Wieso hängt hier ein scheiß Stock drin? Obwohl, ich hab mal so ein paar Donuts gedreht auf dem Feld bei Vater. Daran hat das gewesen. Raus damit. Weg mit dem Stock. Keine Sau. Ein Stock. Das ist gut. Oh, der ist durchgerostet. Guck mal. Das war früher nicht durch. Das war früher nicht durch gewesen, das Stück hier. Das hab ich früher mal irgendwie beigegurkt. Das Hange wäre gerade gebogen. Was schief war, weil mir dann eine Bühne daran gesetzt hat. Hier ist die Ragenheberaufnahme. Und da hat einer vor mir, nicht ich, nein, vor mir, angesetzt. Und hier ist der Wagen durch. Seht ihr? Das heißt, er muss ein Blech kriegen, was hier den Winkel abnimmt bis ungefähr hier. Kann sein, dass er ein bisschen lustiger wird, wenn er hinten noch einen hat. Ich gucke mir den Hammer. Komm, was soll's. Wir haben auf dem Camaro ein bisschen rum. Das gehört dazu. Das macht man heutzutage so. So, zack, zack. Hier ist das schlecht. Seht ihr? Da, Bodenblech geht noch. Ja, das passiert zehn Jahre, nachdem ihr den Wagenheber falsch angesetzt habt. Dann sieht die Scheiße so aus. Ist aber rettbar. Ist relativ easy zu reparieren. Das ist sogar für mich einfach. Und da muss ich mal sagen, ne? Da kann ich ganz stolz drauf sein. So, weiter geht's im Programm. Also, das müssen wir schweißen hier für den TÜV. Definitiv. Das nehme ich durch. So, sonst diese ganze Außenschwellerscheiße. Diese ganze Verbreiterungskacke, die da ran. Jetzt sieht alles noch ganz heil aus. Ist nicht abgefallen. Hier haben wir wieder ein bisschen Malaria, aber nichts durch. Das sehe ich auf erstem Blick. Braucht gar nicht klopfen. Das sehe ich so, dass das noch gut ist. Ähm, Hinterachsaufnahme ist top. Wie neu. Gucken wir mal weiter, haben wir da noch hier. Auspuffrohr. Da geht's runter. Da. Wo ich ihn gekauft habe, hatte ich mal einen Krümmer gehabt. Ich bin mal ohne Krümmerung gefahren eine Zeit lang. Das andere Rohr. Ist das dicht? Das habe ich mal angeschraubt. Ey, das ist dicht. Bisschen zu Recht. Das ist ziemlich dicht. Nicht so hundertprozentig, aber ziemlich. Das hier konnte unser TÜV nicht brechen. Das hier ist eine sogenannte AGR. Eine Abgasrückführung. Die geht eigentlich hier rein, wo die Schraube drin ist. Die 8er Baumartschraube in den Katt. Ich habe aber damals diese scheiße, wie soll ich sagen. Ich habe sie halt abgeklemmt und zugemacht. Weil das damals so war, dass ich keinen Cut hatte. Zu Anfangszeit. Und deswegen fahren wir ohne AGR. Was in meinen Augen nicht schlimm ist. Reifen haben ein paar Burnout-Spuren, aber sind nicht porös. Ist okay. Da kriegst du TÜV mit. Ähm. Ja. Ich fahre mal ohne Hände. Ich denke mal, du hast eine AU. Geh mal um die AU. Mal schauen. Sonst hier ist der Cut. Hier bläst er raus. Hier ist der undicht. Das zieht er sofort auf den ersten Blick. Das müssen wir irgendwie dichtgurken. Mal gucken, wie. Wahrscheinlich mit einem Schweißgerät. So. Hier ist zugegurkt. Da ist der Cut dicht. Hier ist der Auspuff undicht. Guck mal. Der ist kaputt. Der hat aufgesetzt. Wisst ihr, wo der aufgesetzt hat? Am Kanalweg. An meiner alten Halle. Da. Das ist Kanalweg-Spur. Original Kanalweg. Immer aufgesetzt mit dem Auspuff. Deswegen ist er hier undicht. Jetzt, wenn das Blech drauf fertig ist. Schnell repariert. Kein Problem. Also zwei Schweißarbeiten haben wir schon mal gefunden. Drei Schweißarbeiten mit den Schellen vorne. Ne? Und diese Scheiße hier. Das hier könnte auch noch ein bisschen Malaria. Ja, wenn wir hier anfangen zu schweißen, sollten wir auf jeden Fall einen Hammer mitnehmen. Aber der Zustand geht eigentlich noch nicht. Ich habe hier eine echt schlechte Erinnerung. Wieso habe ich hier so eine schlechte Erinnerung? Der ist eigentlich für meine Verhältnisse, weil ich so im Kopf ist gut. Guck mal her. Sogar nagelneuer. Ein Purulator. Ölfilter. Hat mir noch einen Ölfilter eingebaut. Ich? Neuer Ölfilter. Junge. Oh, hier ist er auch weg. Oh, guck mal. Oh, ne. Das ist scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Hier ist er weg. Da ist er. Heißt, der Auspuff muss ab. Ihhh. Auspuff abschrauben. Ihhh. Das heißt, wir könnten rein und den Cut ranlassen. Könnten ab hier lösen. Mit einer komischen Schelle. Die habe ich mal nachbesorgt irgendwann. Müssen die Schrauben hier im Krümmer lösen. Die und die. Und die beiden. Die müssen eigentlich abgehen. Die habe ich doch schon mal abgehabt damals. Da ist noch Lambda-Sonnen oben drin. Müssen da rankommen. Katastrophe, Mann. Und dann müssen wir die Scheiße abbauen. Und wir hier gut rankommen und das eigenermaßen ordentlich so schweißen. Jens, kannst du mir das eigenermaßen ordentlich schweißen? Ich muss Jens fragen. Das kann Jens mal eigenermaßen. Ich frage Jens allgemein, ob er mir dabei hilft. Dann ist der wirklich ordentlich geschweißt. Weil der Wagen ist eigentlich vom Zustand her zu schade für nicht ordentlich zu schweißen. Ich frage ihn mal. Da hat er Bock drauf. Ich bin jetzt vorher vorbereitet, will er auch nicht haben wahrscheinlich. Ich frage Jens mal, ob er mir dabei helfen kann. So. Was haben wir denn hier? Äh. Da ist durch. Hier ist schlecht. Aber noch gewesen. Hinterachse träume ich gar nicht ran. Wahrscheinlich ist das die Scheiße, weil ich mal Burn-outs und Donuts gemacht habe mit der Karre. Wahrscheinlich ist die ausgeschlagen, die Scheiße. Du weißt das schon. Auf jeden Fall. Seht ihr schon mal, der hat sogar schon mal der Automatikgetriebewanne aufgesetzt bei mir. Der hat einen Kanalweg richtig gelitten, der Wagen. Hier auch. Da. Da lang geschliffen und hier durchgeschliffen. Kanalweg war eben, meine alte Halle im Kanalweg war nicht gut. Das hier sieht alles ein bisschen gurglig aus. Aber ich glaube, dass es okay ist. Oder? Glaube. Wisst ihr? Glaube versetzt Berge. Ne? Eventuell sogar eine TUS-Plakette versetzt davon. A nach B. Komm mal eben. Hier. Da ist ein Kuhfuß. Ja. Glaube versetzt Berge. Mein Glaube ist richtig. Sieht gut aus. Abgerutscht. Aber egal. Sieht genauso gut aus wie drüben. Nehmen wir. Kuhfußsatz ist in Ordnung. Da kriegt TÜV. Ach, scheiße. Ich sehe mich schon mit zwei Seiten Mängeliste. Kriegt TÜV? Nein, zwei Seiten Mängeliste. Oh. So. Weiter geht's im Programm. Wir haben hier unseren Wagen. Hier haben wir schon einen Kraftstofffilter. Die haben wir sogar mal neu gemacht. Ja, ich habe einen Kraftstofffilter neu gemacht. Unlaublich. Und mit Felgensilber angesprüht. Ich hatte halt damals nichts anderes. Die Leitung können wir mal einfetten. Die sind leicht angerostet. Aber überhaupt kein Problem. Hier ist eine Bremsleitung. Die sieht gut aus. Gar nicht mal schlecht aus. Die Bremsleitung von vorne. Wie sehen die eigentlich aus? Die ganzen Standzeit. Da steht dann dunkel, ne? Nicht porös, oder? Sind die porös? Leicht, ne? Hier so ein bisschen. Ich will mal probieren. Da habe ich Glück. Die Federn sind ganz cool. Da sind auch coole Federn. Schöne Federn. Schön große. Lkw-Federn. Guck mal diese fetten Federn an. Wie soll das in den Arsch gehen? Das ist ein Sportwagen. Der ist aufgebaut wie ein LT oder was. Wie ein Lkw. Die strappelt in eigentlich. Das ist super. Hier ist heiß. Heißes strappelt. Scheiße. Ach ja, das war ja so... Oh nein! Das war die Scheiße ja noch. Das ist eine Katastrophe. Hier sind diese komischen runden Schrauben drin. Diese komischen Imbusschrauben, die Zoll sind. Ich habe Zoll-Imbus. Ich habe Imbus-Werkzeuge. Fan-Paket-mäßig habe ich es so gekriegt. Ihr rennt mir den Arsch. Wie früher nicht gehabt? Katastrophe. Tocks reinschlagen am besten. So, Hinterachse. Wie sieht die Hinterachse denn aus? Hinterachse ist eine sehr besondere Hinterachse. Die hat eine automatische Sperre drin. Das heißt, die sperrt, wenn du querfahren willst und sowas. Die sieht ziemlich geil aus. Darauf nehmen wir ein bisschen Öl raus. Ich habe mal das Öl gewechselt auf der Hinterachse damals. Mit so einer Gurkenpump kann er. Das weiß ich noch. Ein paar Jahre her. Ablassschraube? Ne, Moment. Doch. Ne, Ablassschraube war unten. Die war hier doch irgendwo. Das ist schon so lange her. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war die da irgendwo doch. Egal. Ich habe es mal gewechselt. Sogar mit Sperrzusatz. Von Udo. Udo war der Einzige, der es damals gehabt hat. Von seinem damaligen Opel Admiral. Der nahm ihn rein mit Korvettenmotor. Ne. Hier. Bisschen angerostet. Mach mal sauber. Bisschen matt schwarz. Deshalb wird ja alles schick. Hier auch. Bremsen, sagen Sie, ist echt nicht schlecht. Hier ein bisschen angerissen. Da muss man ein bisschen schwarz ammalern. Hehehehe. Stabby. Das sieht auch ganz aus. Kein Stabby. Das ist der Handbremse jetzt hoch. Bremse hinten. Hinten habe ich keine Ahnung, wie gut die funktioniert. Wie soll ich das wissen? Der Präferenzentrüfstand. Das hier ist alles ranzig. Hier ist mal dicht gebraten. Da ist mal dicht gebraten. Hier habe ich mal ein Flicken drauf gesetzt. Da waren so meine ersten Schweißdinger. Guck mal, da habe ich damals geschweißt. Ich glaube, ich schweiße heute immer noch so. Hahaha. Aber es ist mittlerweile zu einem einzigen Kloppen gerostet. Also alles im grünen Bereich. Dieser Stabby ist übrigens scheiße teuer. Den kriegst du nicht an jeder Ecke. Sonst Heckblech. Supi. Nur ein bisschen Malaria. Oh, du Scheiße. Ein bisschen Malaria. Scheiße. Heckblech. Immer Heckblech. Ich hasse Heckblech. Die beschissenste Erfindung seitdem es Autos gibt. Heckbleche. Bin dafür, dass die nur nach vorne sind. So. Jetzt habe ich jetzt meinen ganzen Arm voller Rost. Aber mein Heckblech. Ich brauche eine Schweißnaht. Eine. Einen Winkel. Hier muss ein Winkel angeschweißt werden. Hier. Da muss ein Winkel angeschweißt werden. Der hinterher will ich gar nicht gucken. Obwohl der hinterher ist gut. Der hinterher wird es gut sein. Nur da. Okay. Das geht aber noch. Gut. Ein paar Schweißarbeiten haben wir tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht. Das sind schon mal fünf Schweißarbeiten. Mehr als ich gedacht habe. Ich halte mir gar nicht schweißen. Hier ist Sand. Von meinen damaligen Boy-N-Out-Geschichten. Sonst war alles gut. Das ist ja alles Totti. Das ist die Karre nicht schlecht. Ja siehste. So scheiße ist der gar nicht. Also was brauchen wir? Wir brauchen Schweißdraht. Wir brauchen Farbe. Und bisher noch keine Ersatzteile. Also eigentlich. Pure Instandsetzungsarbeit. Bisschen hübsch machen. Dann ist das Ding da. Also Ersatzteile müssen wir gar nicht kaufen. Hupe können wir aus dem Corsa holen. Den ich heute geholt habe. Ich habe einen Corsa B geholt. Für Billigkeit. Ich kann die Hupe von denen nehmen. Von den anderen Schlachter, den ich stehen habe. Von Udo. Kann man eine Hupe basteln. Also eigentlich. Kriegt man hin. So übel ist der eigentlich gar nicht. Und was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Der ist mittelscheiße. Also der Firebird, den ich früher gehabt habe. Ist ja gleiche Basis. Sieht ein bisschen anders aus. Aber den ich verkauft habe nach Adrian. Der war tatsächlich. Also der hat nicht der Adrian. Wie ich jetzt meinte. Nicht Ford Adrian. Sondern noch einen Adrian. Der Blackbird Adrian. Der immer den alten Blackbird noch fährt. Der war besser vom Zustand als der hier. Vom Blech hier. Aber nur ein V6. Und das hier ist ein V8. In tatsächlich ziemlich gutem Zustand. Was ich jetzt so sehe, ist auf jeden Fall das Spalten. Was von Kupflügel ist. Die totale Katastrophe. Jung ist das daneben. Guck mal. Wenn ihr jetzt hier guckt. Das ist ja mal voll daneben. Guck mal wie der Kupflügel steht. Zum Rest. Hat er aber auch schon immer. Weil ich das irgendwie mal geschweißt habe da unten. Weil da irgendwie das ab war. Also das ist Arbeit. Also das ist Schweißarbeit. Da muss ich vielleicht Jens mal fragen. Das kriege ich vielleicht auch selber hin. Aber Jens macht das schöner als ich. Ja, aber sonst fahrt mal in dir. Fahrt mal in dir zum Zustand. Aber das hier ist auf jeden Fall ein scheiß Rad. So kann man aber natürlich nicht fahren. Das Rad fest ist. Aber so hart fest will ich das nicht in erinnern. Bzw. so hart fest hat sich auch nicht gefahren. Vom Gefühl her. Wo ich unterwegs war damit. Ich bin damit gefahren mit dem Auto. Verrückt. Wahrscheinlich wenn es heiß geworden ist. Da haben wir Bremsfading gehabt. Da haben wir das nicht so gemerkt. Auf jeden Fall. Bremsen in den Lüften hier. Da war es Tügel. D.O.T. 3. Bremslosigkeit brauchen wir noch. Da kann ja D.O.T. 4, sondern D.O.T. 3. Für die Amis das immer so fahren. Aber sonst ist der eigentlich gar nicht mal Kacke. Echt nicht Kacke. Ist okay. Dafür wenn ich ihn 10 Jahre lang in der Ecke gestellt habe. Ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn ich ihn 10 Jahre lang in den Garten gestellt habe. Wäre wahrscheinlich schon lange tot. Also viel Kosmetik. Viel Arbeit. Viel Optik. Aber dann haben wir einen richtig schicken iRoxy stehen. Einen richtig guten iRoxy. Mit dem wir schon scheiße bauen können. So ein Plan oder? Kommt mal dir dazu. Wie gesagt Kommentare. Ganz wichtig. Mit mir interagieren. Ich weiß ja nicht was ihr wollt. Wahrscheinlich wollt ihr Trabi Videos. 80.000 Stück. Kommt auch noch. Tatsächlich. Auf Plan. Aber mit ein bisschen Ruhe. Weil ich kann aktuell auch keine Trabis mehr sehen. Ich brauche auch ein bisschen Abwechslung. Und so eine V8 Maschine ist die geilste Abwechslung die du haben kannst. So. Weiter geht's im Programm. Und nein ich weiß ja nicht jetzt. Ich schicke meinem Jens ein paar Fotos. Frag ich ihn ab, wie man das machen kann. Moin Asis. Kleines Update übrigens. Ebenso nebenbei bemerkt. Muss ja auch mal gesagt werden. Jens hatte Zeit. Kamaru steht aktuell. In Klammern Zeitblase. Man kennt ihn. Sie liegt auf der Bühne und es ist schlimmer als gedacht. Junge Junge. Haben wir uns da wieder einen Rotz angelacht. Aber was willst du machen? Wir ziehen es durch. Ist ja Bescheid. Das geht aber in einer anderen Folge. Und ich frage Adrian, ob er mir eine Hupe verkabeln kann. Oder halt hier Tobi. Eher Tobi. Auch für Adrian kann das auch. Der ist auch. Haben mit den Jungs ein bisschen was zu tun. Hilft gegen Langeweile. Nächstes Wochenende oder was. Und ich mache den Rest hier. Mach die Kiste untenrum sauber. Entroste den ordentlich. Mach diese Dachimmelscheiße wieder fertig. Mit drei, vier Leuten ist das ein ganz, ganz schnelles Ende, dass der wieder am Laufen ist. Dann tüffen wir den. Dann machen wir ein Haargutachten drauf. Auf nur Mattschwarz. Und dann melden wir den an. Auf 07 Erkennzeichen. Und dann kann man eine Frau. Auch wieder mit den Camaro fahren. Seit 100.000 Jahren. Bzw. sie ist den Wagen noch nie selber gefahren. Noch nie. Das nervt sie mich schon seit der Hochzeit mit. Schatz, aber ich bin den Camaro noch nie gefahren. Ja, irgendwann kannst du ihn fahren. Pass mal auf. Nachher fährt sie den Camaro. Dann trennt sie dich von mir. Nach dem Motto. Jetzt bin ich hier gefahren. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ja. Katastrophe. Ja, aber es ist ein Projekt, was ich selber noch aufschieben würde eventuell, weil es mich gar nicht mal so extrem in den Finger juckt. Aber was Tina halt gefällt. Und dann würde ich sagen, lass uns auch mal Tina einen kleinen Vorgeschmack geben, was ein ordentliches V8-Biest ist. So. Bist du Bescheid? Ich habe noch ein bisschen Brainstorming gemacht. Weißt du, in der Ecke gesetzt? Überleg ich, wie wäre da früher nochmal mit den Camaro gewesen? Ist halt schon ein bisschen länger her. Und ich meine, seitdem ich den Camaro habe, schon locker 300 Autos gekauft. Und verkauft. Was ist das, was ich meine? Und hier, da ist mir eingefallen. Ich glaube damals sogar, dass ich damals aufgegeben habe. Ich habe gesagt, ich mache den später fertig. Woher sucht man halt einen Schweißer dafür. Wegen der Schweißstellen dieser Geschichte. Ich glaube, die haben mich damals selber schon gefoppt. Also, der war hier, war da durch. Weiß ich noch. Dass er da durch war, weiß ich gar nicht mehr. Das ist tatsächlich mehr relativ neu. Und das ist relativ neu entstanden. Ich meine, der Ross ist ja nicht gestoppt. Der macht ja weiter, auch wenn das Ding trocken steht. Aber nur nicht halt so hart. So, das habe ich erst mal Jens angefragt. Weil Jens ist ja wirklicher Profischweißer. Der macht das wirklich schick und gut. Sofort Feuer in Flamme. Sagt, soll ich jetzt schon kommen? Soll ich jetzt kommen? Ich sage, du Alter, lass uns am Wochenende machen. Ich muss jetzt nach Hause. Ich habe schon mal die Zeit im Nacken. Am Morgen habe ich Kunden geschickt. Und übermorgen bin ich auf Roadtrip. Das sind die Tage. Dann holen wir eine Gurke ab. Wieder zwei Tabbis. Thema wird schon erzählt. Im Livestream mehrmals. Ein P60 und ein P601. Wie schon gesagt. Aber fangen wir nicht direkt mit an. Machen wir mal Bestandsaufnahme. Was wir da haben. Also, wie die sind vom Zustand. Gucken da einmal unter. Und dann stellen wir es in der Ecke. Machen wir den Camaro fertig. Machen ein bisschen Ruhe. Und dann machen wir weiter. Weil ich habe auch schon einen Miettrabi. Für die Vermietung fertig. Das ist ja der von Ingo. Der Fiete. Und danach kommt der Blaue daran. Und danach machen wir einen P60 auf 601 Technik. Also mit guter Technik. In der alten Karosse. Da habe ich Bock drauf. Weil hast du einen Altersdauer und nicht einen P60. Ist der Plan. So. Ich kann mal kurz Pfoten waschen. Und dann machen wir mal ein Outro. Oder keine Ahnung was. Und mir fällt auch etwas Lustiges ein. Oh. Ich wollte noch mal zeigen. Übrigens hier. Ich war auch beim Projekt. Chrysler Executive. Oder Exekutive. Ihr könnt euch auch so bei der Stretch-Lemo. War eigentlich auch noch nicht untätig. Da habe ich zum Beispiel. Adrian hat. Am Museumstag. Ich war am Museumstag. Im Rumrennen. Adrian hat noch schon den Tacho ausgebaut. Für mich. Und der Tacho von dem Auto. Der ist jetzt bei Karl. Beim Rostumwandler. Der ist ja wie gesagt. Richtiger Elektriker. Richtig, richtiger Elektriker. Und hier. Der guckt jetzt mal, warum der Tacho nicht funktioniert. Bei dem Auto. Ne. Das ist der Plan. Das heißt. Ich baue die Wände nachher wieder ein. Das ist so. Ne. So. Das ist so. So bauen wir die wieder ein. So. Und dann kommt hier ein Stück Pappe rein. In der Zeit, in der Karl das fertig hat. Dann was hinter. Dann habe ich ein GPS-Tacho gekauft. Aus hier. Aus Ebay. Dann klebe ich den GPS-Tacho erstmal hier rein. Damit ich eine Geschwindigungsanzeige habe. Weil mehr brauchst du. Laut STVZO nicht. Ähm. Und wenn dann hier. Ich fände ihn ja eh nicht so oft. Ne. Und wenn hier dann Karl fertig ist. Kommt der Tacho wieder rein. Und dann haben wir wieder eine ordentliche Anzeige. Für alles, was wir brauchen. Weißt du. Alles. Batterie. Tankanzeige. Hier und da. Fahrrad. Gurke. Weißt du. Muss hier auch sein. Nur eben zum Thema die Karre. Weil die ist mir gerade so eingefahren. Hab ich noch gar nicht erzählt. Also die Limo ist aktuell leicht zerlegt. Aber ist immer noch fahrbereit. Weil die zeigt ja immer genauso viel an wie vorher. Weißt du. Vorher hast du auch nichts angezeigt. Anschmeißen kannst du die Kiste eigentlich so. Hast du ja Schlüssellicht hier nicht mehr hier drin. Wo ist denn der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Mal gucken. Oder ist er nicht mehr fahrbereit? Da ist er fahrbereit. Ja, der. Stretch Limo goes to Hollywood. Kein Problem. So. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ich benne das Video jetzt. War ein bisschen planlos. War ein bisschen so viel geschnackt. Camaro Aktion ist am Wochenende. Das heißt, ihr seht die Camaro Videos dann. Wenn es soweit ist. Sau da ein paar Tage. Wir wissen was damit los ist. Ich will eigentlich bleiben sie das gerne noch gängig machen. Aber ich schaff das nicht mehr. Vielleicht mach ich das morgen noch schnell. Bevor ich die Kundengeschichte mache. Deswegen lass ich auf der Bühne erst mal stehen. Und dann gucken wir weiter. Weil ich hab ein bisschen Zeit verklemmert mit dem Corsa, den ich geholt hab. Da hab ich noch einen Kaffee getrunken. Weißt du. Man kennt ihn. Das schmeißt halt so. Munter. Bis dann. Ciao. Bis dann.